Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und unserem Bibi und Tina Let's Play bzw. Bibi und Tina auf dem Windenburghof. In der letzten Folge haben wir ganz, ganz viel geleistet. Wir haben kleine Hasis und Vöglis und Insekten rekrutiert für unseren Bauernhof. Wir haben die Felder aufgeräumt und wir haben einige Möbel gekauft auf dem Flohmarkt und auch wiederhergestellt mit Hilfe von Bibis Magie. Und in dieser Folge würde ich sehr, sehr gern endlich mal, endlich mal mit Tina die Möbel herstellen, weil ich gerne ihre Geschicklichkeit ausbauen möchte und mit ihr endlich mal Möbel bauen will. Was willst du machen? Du möchtest einen Tee? Nein, ich möchte nicht, dass du unser Geld ausgibst. Erstmal solltest du vielleicht mal mit unserer lieben Käthe sprechen und du solltest sie putzen und du solltest sie melken. Und können wir dann, dann können wir den Viehstall auch säubern. Das ist perfekto. Die Kuhpflanze wurde, glaube ich, erst gefüttert bzw. habe ich es vorhin schon probiert. Eddie ist nicht hungrig. Und dann können wir den Stall der Hühner säubern, die Eier einsammeln, Futter verstreuen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ganz viel von der Arbeit auf dem Feld wird ja von unseren Hasis und von unseren Vögeln und ja, von den ganzen anderen Tieren ja auch schon gemacht. Mh, was mich jetzt hier ein bisschen wundert ist, dass hier das ganze Unkraut ist. Haben wir keine Hasis mehr, die uns helfen? Oder dauert das einfach nur ein bisschen? Hier ist ganz viel Unkraut, Leute. Hasen, ihr müsst hier ein bisschen, müsst hier ein bisschen was tun. Uh, ja, das ist gut, ne? Käthe, ja, das ist gut. Hüpp, was haben wir jetzt bekommen? Wartet mal kurz. Wir haben eine Milch bekommen. Wir haben einen Megafital-Dünger bekommen. Sehr, 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 sehr gut. Das heißt, wir können, uah, das sieht ja aus wie die Wurz, uah. Mh, dann können wir ja die Milch in den Kühlschrank packen. Den Obstsalat hauen wir mal weg. Das kann Bibi nachher sauber hexen. Hatte Bibi nicht noch mehr Dünger? Ich würde mal sagen, wir können den Dünger nicht in die Trube packen. Das ist ja blöd. Wir können das nirgendwo reintun. Das ist ja richtig blöd. Wieso können wir den Dünger nirgendwo lagern? Das ist ja auch komisch. Tina, wie sieht's aus? Ah, okay, 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 okay. Du bist jetzt an den Hühnern dran. Sehr, 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 sehr gut. Ist der Honig hier schon voll? Die Honigmenge ist voll, alles klar. Mh, dann sollten wir tatsächlich hier vielleicht das Milbenmittel anwenden. Ich vermute, dass es dann notwendig ist, oder? Weil dann ist da vielleicht irgendwas nicht richtig. Oh, perfekt, wir haben auch Eier bekommen. Sehr, 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 sehr gut. Auch die räumen wir direkt in den Kühlschrank. Und nach den Milben können wir uns dann nochmal mit den Bienenbeiden verbünden. Das sollte auch passen. Und wir können den Honig... Ah, das ist jetzt eine Frage. Wollen wir den Honig sammeln? Oder wollen wir das Wachs sammeln? Weil der Wachs würde natürlich auch für was passen, wenn wir Kerzen machen wollen, etc. Ich würde erstmal den Honig sammeln wollen, weil ich glaube, dass wir das eher brauchen. Und Leute, ich mache jetzt auch nochmal unser Geschäft auf. Dann können die Leute nämlich vorbeikommen und die Pflanzen sammeln. Aktuell haben wir ja erstmal nichts zu verkaufen, aber wir können ja das Business am Laufen halten, wenn sie einfach diese Pflanzen sammeln. Äh. Okay, warum wird sie angegriffen von Bienen? Was ist da bitte los? Okay, das ist... Ah, mir fällt gerade ein, dass Bibi eigentlich mit den Bienen am Machen ist, ne? Ähm. Vielleicht sollten wir Bibi das machen lassen. Weil ich glaube, Bibi hat da ein bisschen mehr Erfahrung mit den Bienen als Tina. Sorry für das Hin und Her, aber dann lassen wir das machen. Oh. Und unsere Kunden werden auch angegriffen. Wow. Weil wir haben nämlich auch noch Samen beim letzten Mal gekauft auf dem Markt. Könnten wir tatsächlich jetzt auch mal öffnen. So. Die öffnen wir alle mal nacheinander. Und mal schauen, was da drin ist. Weil das könnten wir dann heute auch anpflanzen. Warum helfen uns die ganzen kleinen süßen Hasis nicht? Können wir uns da bitte kurz mal drüber unterhalten? Könntet ihr mal bitte hier die ganzen Sachen... Ah ja, der Hase ist schon dran. Hüpfer ist schon dran. Ich danke dir vielmals. Ja, ist schon einiges zu machen. Aber vielleicht können wir noch ein Hasenhaus irgendwo hinsetzen. Dann können wir noch ein paar mehr Hasen rekrutieren. Weil die Vögelis machen das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben hier keine Käfer mehr. Bibi, wie sieht's aus? Pipi Box, alles klaro. Danach kannst du bitte, 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 bitte das mal sauber hexen. Weil das ist ganz furchtbar. Das Glas räume ich für euch weg, weil ihr faule Wutzis seid. Und dann würde ich sagen... Oh mein Gott, wir können richtig, richtig viel kochen. Popcorn grillen. Ah, dafür können wir das Grillenmehl benutzen. Das ist ja cool. Dann lass uns das doch mal machen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen unangenehm. Aber dann können wir das auch wirklich nutzen, was wir selbst auf dem Hof erwirtschaften. Tina, du hast auch Hunger. Dann lass mal danach, wenn Bibi fertig ist mit Kochen, dann auch nochmal schauen. Wir haben schon wieder 15 Uhr, Leute. Oh mein Gott, wir haben noch nichts gemacht, Leute. War das eine Einzelportion? Wow, es war eine Einzelportion. Wow, Bibi, wow. Dann mach du mal die verdorbenen Lebensmittel weg. Und dann kochst du jetzt mal bitte was für die komplette Gruppe. Das wäre sehr nett. Gemüseteigtaschen, das klingt doch super gut. Gleich mal acht Portionen. Dann habt ihr ein bisschen was für später auch. Okay, hier sieht alles gut aus. Der Stall ist in Ordnung. Hier sieht auch alles gut aus. Dass die auch nie den Abwasch zu Ende machen, ne? Das ist so komisch. Einfach sehr merkwürdig. Bibi, wie sieht es bei dir aus? Was tust du? Du nimmst einen Bart. Das ist sehr, sehr gut. Denn danach würde ich dich tatsächlich zum Experimentieren schicken. Wir müssen endlich mit deinem Bestreben vorwärts kommen. Und wir müssen endlich auch noch ein paar Sprüche und ein paar Zaubertränke lernen. Tina, was geht ab? Ende klappt. Du schaffst das mit den Gemüsetaschen. Ich glaube an dich. Ich glaube, die Hasi schaffen nicht alles, ne? Ich glaube tatsächlich, dass das zu viele Pflanzen sind, weil die sind richtig überfordert. Hilfst du uns, Hasi? Vielleicht liegt das auch an den Sachen, die wir hinten stehen haben. Ich habe die Blumen jetzt mal ein bisschen nach hinten gemacht. Vielleicht hilft das ja so ein bisschen. Hast du jetzt was gegessen, Girl? Du hast doch immer noch nichts gegessen. Wo hast du... Du hast es serviert und dann hast du es nicht gegessen. Warum denn nicht? Nimm dir mal bitte ein Gericht. Perfekt, Tina, genau. Und danach kann ich das nämlich dann auch in den Kühlschrank packen. Das ist auch wunderbar. Die sind richtig aufgebracht. Aber warum sind sie so aufgebracht? Das verstehe ich nicht. Lass mal den Schwarm einsammeln danach. Genauso wie hier. Und dann können wir auch den Honig sammeln von denen. Lass uns das mal nach dem Trank braun machen. So, du hast jetzt was gegessen. Perfekt. Dann kann ich dich jetzt nämlich auch tatsächlich an die Möbel schicken. Ah, großartig. Wir haben jetzt nämlich auch ein bisschen mehr Auswahl. Dann lass mal gucken, dass wir den Beistelltisch bauen jetzt. Ich glaube, als nächstes müssten dann auch Stühle und Tische und sowas kommen. Und dann auch Betten. Weil das sollten wir auf jeden Fall machen. Weil ich glaube, die Schlafsäcke sind langsam so ein bisschen überholt. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir ja ein bisschen Möbel bauen. Ja, tatsächlich. Also die Hasen schaffen das. Das da war gerade... Hä, wer bist du? Du bist Krümel. Krümel hat gerade hier auch ein bisschen das Unkraut weggemacht. Hier hinten auch. Also es klappt schon. Es dauert nur ein bisschen. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht schaffe ich noch ein zweites Hasenhaus hier hin. Was sieht denn jetzt hier aus? Du hast gerade Honig eingesammelt. Qualität schlecht. Wie können wir denn die Honigqualität verbessern? Warum ist das denn so? Das ist alles schlecht, oder? Ja, ich weiß nicht, warum der Honig so schlecht ist. Vielleicht können wir den verbessern irgendwie noch. Oh, und wir haben auch Bienenwachs. Ja, den sammeln wir auch ein. Was ist da los? Ich dachte, man kann nur eins einsammeln. Das ist ja geil. Haben wir den Schwarm jetzt denn bei uns im Inventar? Ja, dann lass uns doch die rausschicken. Oh Gott, wir können sogar Leute angreifen. Wow. Es gibt keine Pflanzen zum Bestäuben in der Nähe. Alles klar. Dann können wir sie ja mal rausschicken, uns ein Geschenk zu holen. Vielleicht können wir das verkaufen. Oder können das gebrauchen. Oh, das ist ja süß. Schaut mal. Was haben die jetzt? Warte mal. Wow. Weibliches Küken ist zu einer Henne herangewachsen. Oh, wie süß. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Was haben wir bekommen? Wir haben eine Puppe bekommen. Und wir haben einen... Wahrscheinlich ist das so ein Element aus der Elementesammlung, ne? Von... Von... An die Arbeit. Okay. Aber ich meine, es ist ja trotzdem nice. Wir können es ja trotzdem verkaufen. Ich tue das mal dahin. Wir brauchen mal eine Truhe, wo wir den Dünger reinpacken können. Ich glaube, bei Reise nach Batuu gab es eine Kiste. Und in der Kiste konnte man tatsächlich fast alles aufbewahren. Das ist die Einzige, die das kann, soviel ich weiß. Diese hier. Die Versorgungskiste. Und da passt tatsächlich alles rein. Haben wir die noch in einer anderen Farbe? In dem Weiß vielleicht? Und wenn wir die ein bisschen kleiner machen und vielleicht hier so daneben stellen... Und jetzt müsste... Ja, da geht das auch nicht rein. Aber wir können die Farbstoffe da reinmachen. Das funktioniert zumindest. Ich habe tatsächlich gerade mal geguckt im Baumodus. Es gibt wirklich keine Box, wo wir das... Wo wir die ganzen... Die ganzen Dünger reintun können. Das heißt, wir müssen die tatsächlich im Inventar lassen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich muss mal gucken. Ich schreibe mir das mal auf. Vielleicht gibt es eine Mod dafür. Oder CC, was ich benutzen kann. Oh, okay. Bibi möchte tatsächlich den Sessel von oben reparieren. Das kannst du auf jeden Fall machen. Du hast aber immer noch kein Rezept gelernt, ne? Dann bitte, bitte, bitte experimentiere mal bitte weiter. Oh mein Gott. Ich habe ja gar nicht daran gedacht. Wir haben ja noch das ganze Stuff hier. Wir haben noch hier das zum Gärtnern. Und was ist das hier? Speisereste. Lass die mal bitte in den Komposter tun. Mal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal so Beete hinsetzen. So, dann haben wir das nämlich auch. Dann nehme ich hier auch gleich nochmal den Sprinkler. Ja, ich weiß, das kostet alles Money. Aber wir müssen ja weiter ausbauen. Wenn wir jetzt noch ein Haus klonen, kommen dann nochmal Wildhasen. Vielleicht setzen wir den hier rüber. Weil dann haben wir hier nämlich schon mal Felder, die wir bepflanzen können. Und dann lassen wir uns auch mal hier probieren, dann die Wildhasen rauszulocken. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr Hasis. Okay, ich glaube, jetzt sind da auch Hasen drin. Dann schauen wir mal, ob am nächsten Tag Hasen rauskommen. Okay, ich weiß, es ist schon spät. Es ist, ja, 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 ja. Aber lass uns mal gucken. Können wir hier noch die Karotten einpflanzen, bitte? I know, es ist alles ganz, ganz spät. Aber wir müssen das jetzt nochmal ein bisschen hinkriegen. Okay, das sollte dann passen. Dann haben wir erstmal das Nötigste eingepflanzt. Macht das mal bitte. Ich weiß, es ist alles ganz furchtbar. Aber we have to do that. Bibi, wie sieht es bei dir aus? Mach das mal nicht. Also ich verstehe leider nicht, warum du keinen Trank lernst. Okay, sie hat auf jeden Fall eine Stufe geschafft. Das ist schon mal gut. Ah, hier, das ist der Zweig für die Tränke. Dann würde ich sagen, erstmal zusätzliche Wirkung. Von diesem Sim hergestellte Zaubertränke sind überraschend wohlspeckt und bringen beim Verzehr einen kleinen Vorteil mit sich. Perfekt. Und wir wollen die funktionale Magie ausarbeiten. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns hier auch nochmal einen kleinen Vorteil mit den Punkten. Dann hatten wir ja auch noch einen Tisch, den wir hergestellt haben. Den können wir auch zum Verkauf dann markieren. Perfekt. Den habe ich auch aus dem Haushaltsinventar rausgeholt. Ja! Oh Gott sei Dank, die Bedürfnisbefriedigung. Können wir da bitte ganz kurz drüber sprechen? Kennt ihr den Trank? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist großartig. Wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir nämlich... Mh... Nur ein Obst oder so dafür. Einen Apfel brauchen wir nur. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank! Haben wir nicht noch Äpfel? Wir haben doch noch Äpfel. Wir haben doch noch Äpfel. Ja! Wir haben richtig viele Äpfel. Äh... Dann, Bibi, gebe ich dir mal ein paar Äpfel. Perfekt. Dann hast du nämlich ein paar Äpfel im Inventar. Und kannst... Experimentiere mal noch ein bisschen. Dann kannst du nämlich den Bedürfnistrank, äh... Machen. Damit die lieben süßen Mäuse hier... Tatsächlich ihre Bedürfnisse erfüllen können mit einem Trank. Das finde ich richtig, richtig, richtig nützlich. Dann geh jetzt mal bitte auf Toilette, Tina. Genau. Oh, es ist 4 Uhr morgens. Alter Verwalter. Nee, warte mal. Kannst du jetzt den Trank brauen? Oh, du kannst ihn brauen. Dann brau mal... Genau, brau mal bitte den Trank. Oh. Ein Fuchs schleicht um dein Haus herum. Verstecke deine Hühner. Verstecke deine Eier. Ja, aber wir haben ja hier die Tür abgeschlossen. Also theoretisch dürfte das nicht passieren. Okay, wir haben einen Trank, haben wir schon. Den könnten wir Tina geben. Und Tina kann den zu sich nehmen. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste doch jetzt... Klappt das? Ja! Oh mein Gott, wie großartig. Dann Tina, ist es jetzt leider notwendig... Äh... Was, äh... Fridolin? Bitte höre auf. Nicht böse Dinge tun hier. Ich brauche die ganzen Vögel und Hasen und so für meinen Job hier. Es scheint, als wenn dieser Hase total verpackt ist hier drin, oder? Dann können wir nämlich, dadurch, dass wir jetzt die komplette Energie haben, können wir tatsächlich hier auch noch mal ein paar Sachen anpflanzen. Ach, das ist großartig. Ja, das passt. Dann mach das bitte. Bitte, bitte, bitte. Und mit dir, liebe Bibi, werden wir heute auf jeden Fall noch mal... Oh krass. Können wir das etwa ab... Wir können das abfüllen. Großartig. Das heißt, wir haben mehrere Tränke, korrekt? Oh mein Gott, das wäre jetzt ganz großartig. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht, Leute. Wie viel kriegen wir da raus? Ein. Warte, 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 warte. Alles abfüllen. Ich habe das Falsche gedrückt. Okay. Okay, nice. Vier Stück. Das ist richtig, richtig gut. Alles klaro. Wir müssen nie wieder schlafen, Leute. Wir müssen nie wieder schlafen. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein bisschen cheaten wäre. Aber ich gucke mal, dass ich das nicht so oft benutze. Leute, die Hasen, die machen hier nicht, was sie machen sollen, ne? Geht vielleicht ein Hase... Geht vielleicht nur ein Hasenhaus? Ich bin so verwirrt, ne? Ich bin einfach nur verwirrt, dass das alles nicht so funktioniert. Ja, ich würde gleich nochmal reisen und dann nochmal gucken, dass ich, ähm, vielleicht nochmal zum Markt fahre und ein paar Möbel hole. Äh, Bibi, dann würde ich sagen, dass du auf jeden Fall auf den Markt düst. Because we need more Möbel. Okay, sie gießt tatsächlich alles. Ist das verbackt oder so? Oh. Ich verbrauche zu viel Wasser. Alles klaro. Ich brauche Wasserkollektoren. Oh mein Gott, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Natürlich, es macht ja auch Sinn. Da, wir haben hier zum Beispiel einen atmosphärischen Wassergenerator. Generiert nicht wirklich Wasser, sondern entzieht der Umgebung, genau. Er muss zwar mit Benzin angetrieben werden. Okay. Ne, darauf will ich eigentlich verzichten. Warte mal, wir haben den. Die Wasserproduktion ist 3. Und was ist mit dem? Oh, ich meine, wir hätten auch diesen Turm, den wir nutzen könnten hier hinten noch. Beziehungsweise haben wir nicht auch noch hier die Wasserpumpe. Theoretisch könnte man auch noch die Wasserpumpe benutzen, um manuell Wasser zu holen. Lass uns das mal dahin machen vielleicht. Und tatsächlich diesen Wasserturm auch noch hinsetzen. Vielleicht hier hinten hin. Das fügt sich dann auch ganz gut ein. Ah, wir können die auch aufrüsten. Tatsächlich müssten wir da mal gucken, ob wir das aufrüsten können. Reicht das Wasser denn jetzt aus, was wir haben? Noch nicht. Okay, okay, okay. Tina, wie sieht es bei dir aus? Lass das mal bitte. Sammeln wir mal bitte Wasser. Ja, ja, I know, I know, I know. Das sollte gleich wieder funktionieren. Jetzt geht es wieder. Jetzt hat das funktioniert. Tatsächlich durch den Wasserturm wurde wahrscheinlich mehr Wasser jetzt gesammelt. Ah, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Dann sollte das jetzt nämlich funktionieren. Okay, das sieht gut aus. Dann ist nämlich das auch hier alles... Ah, ja, perfekt. Jetzt funktioniert es wieder. Aber das mit dem Unkraut macht mir schon ein bisschen Gedanken, ne? Mit den Hasen. Aber okay, kein Thema. Ich würde sagen, wir reisen jetzt tatsächlich, wie schon mal erwähnt, in die City. Und vielleicht setzt sich das dann alles zurück. Vielleicht ist es einfach nur ein bisschen buggy. Oder es ist irgendwie falsch gesetzt. Oder es ist irgendwie... Ja, es ist irgendwie verbuggt oder so. We are in the city. Und wir können jetzt tatsächlich nach Einrichtung wühlen. Wir wollen ganz viele Möbel. Bibi, come on, girl. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal Geld gefunden. Alles klar. Wir haben wieder Geld gefunden. Wir brauchen aber Möbel, Leute. Möbel, Möbel. Ich meine, ich bin auch nicht... Bin nicht sauer um Geld. Okay, wir haben eine Figur gefunden. Alles klar. Die können wir vielleicht auch verkaufen. Oh, wir haben ein Fahrrad gefunden. Nice. Können wir das verkaufen? Cool, wir haben ein Fahrrad. Das ist ja nice. Warum hatten wir beim letzten Mal so viele Möbel gefunden und jetzt finden wir gar nichts? Können wir da kurz drüber sprechen? Oh, wir können tatsächlich nicht mehr wühlen. Hier, nach Einrichtung wühlen. Hau rein. Come on, girl. Wir haben... Ein Einzelbett. Wir haben ein Bett. Ja, wir haben unser erstes Bett. Oh mein Gott, wie großartig. Wie großartig. Wir brauchen noch mehr. Okay. Einrichtung wühlen. Okay, wir haben Material gefunden. Das ist in Ordnung für die Aufrüstung. Wir haben Geld gefunden. Okay, jetzt können wir nicht mehr nach Einrichtung wühlen. Ah, beim letzten Mal haben wir richtig viel gefunden. Warum ist das jetzt so? Ah, okay. Wenn wir ein bisschen warten, dann können wir wieder nach Einrichtung wühlen. Alles klar. Wir haben Geld gefunden. Was ist denn mit dem hier? Hier können wir auch wieder nach Einrichtung wühlen. Geld gefunden. Recyclingmaterial gefunden. Alles klar. Wir haben eine Lampe gefunden. Alles klar. Nochmal Geld. Okay, aber wir haben ja einige Sachen gefunden. Ich glaube, mit dieser Lampe können wir, glaube ich, nichts anfangen, weil wir keine hohen Decken haben. Aber wir wühlen trotzdem nochmal weiter. Geld. Dann trinken wir bitte nochmal einen Trank. Babylein. Geld, 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 Geld. Aber wir brauchen mehr. Ja, wir haben einen Kühlschrank gefunden. Sehr, 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 sehr gut. Den können wir auch verkaufen. Oh. Postmoderne Duschkabine. Sehr nice. Für das Badezimmer oben können wir die verwenden. Oh, das ist großartig. Sehr, 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 sehr gut. Machen wir weiter. Äh, 13 unter Wasser Esstisch. Alles klar. Den können wir vielleicht irgendwie verkaufen. Okay, ich würde sagen, tatsächlich, wir düsen nach Hause. Ciao. Hui. Oh. Die Verkäuferin war ein bisschen geschockt. Söchen. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich glaub, die Hasen, die Hasen sitzen da immer noch. Das ist doch verbuggt, Leute. Das ist doch verbuggt. Ich kling davon aus, dass die Hasen das schaffen, aber die Hasen sitzen nur da. Der hier sitzt halt die ganze Zeit hier. Kann ich den Hasen nehmen im Baumodus? Ich kann ihn nehmen. Ich setz die mal alle so raus. Vielleicht ist das der Grund, warum die uns nicht helfen konnten. Ja. Jetzt sitzen sie, jetzt können sie sich wieder bewegen. Alles klar. Jetzt geht's auch. Ich glaube, dass die Hasen irgendwie in diesem Feld verbuggt waren. Da hat irgendwas nicht richtig funktioniert. Oh mein Gott. Gott, wir haben's geschafft. Und du kannst dann tatsächlich aber mal, was wollt ihr jetzt machen? Ihr wollt plaudern. Kannst du bitte vorher die Gupfland zu füttern? Das wäre sehr großartig. Lass doch mal bitte Bibi in Ruhe. Aber was du machen könntest, du könntest tatsächlich was stricken. Genau, dann setz dich mal bitte und stricke bitte vielleicht eine Bärenmütze. Mach das mal. Was? Warte, Moment. Oh nein, sieht aus, als hätte jemand die Ernte gestohlen. What? Ist das nicht sie hier gewesen? Warte, 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 warte. Sie hat das doch eben gerade eben gestohlen, oder? Hat sie das nicht gerade eben gestohlen? Krass. Okay, aber es ist das erste Mal passiert. Deswegen würde ich jetzt erstmal nichts machen. Und dann hatten wir im Inventar ja auch noch. Im Haushaltsinventar. Und noch ein paar Möbel. Lass uns die mal anschauen. Okay, wir hatten ein Bett. Wir hatten einen Kühlschrank. Wir hatten eine Dusche. Und wir hatten einen Tisch. Und was wir auf jeden Fall wollen ist... Tina, wie sieht's denn bei dir aus? Was machst du denn? Achso, du strickst gerade. Du könntest dann... Aber wir müssen ja auf jeden Fall auch nochmal ins Bett gehen. Oh mein Gott, es ist so viel zu tun, Leute. Es ist so viel zu tun. Ui! Na, dann kannst du doch die Mütze... ...auf Plopzi anbieten. Dann hast du doch das auch schon... Oh, du hast noch Milch. Du hast noch Milch im Inventar. Die müssen wir auch schnell da rein tun. Dann lass mal gucken, dass wir mit dir, Tina, die Dusche reparieren. Und das gleiche dann auch mit dem Kühlschrank. Und, Bibi, du kannst mit deiner Magie das Bett und den Tisch reparieren. Dann haben wir da nämlich auch nochmal was. Ich muss mal gucken, ob ich das dann vielleicht mal alles verkaufe. Weil das brauchen wir ja theoretisch gar nicht. Das Bett könnte ganz cool sein. Ah, jetzt haben wir die Tuning-Teile für Sanitäranlagen. Das heißt, theoretisch können wir das dann ausbauen. Ah, hier. Auslaufsicher und stabil. Selbst ein Blitzschlag kann die verstärkte Hülle nichts anhaben. Alles klar. Lass uns das mal bei beiden Sachen machen hier. Du bist da am Rumwerkeln. Sehr, sehr gut. Dann kannst du die Dusche, denke ich mal, blitzblank hexen. Und die Dusche, die wir jetzt hier haben, und das ist das Coole, die können wir jetzt oben ins Haus packen. Mal gucken, wie wir das zweite Badezimmer dann hier oben gestalten. Ja. Dann haben wir nämlich auch oben ein funktionierendes Badezimmer. Und das Bett, das können wir in eins der Zimmer tun. Welche Farben haben wir denn hier? Uh, das ist aber süß. Ich finde tatsächlich das rosa bisher am schönsten. Das nehmen wir mal. Haben wir den auch in anderen Farben? Den haben wir doch auch in rosa. Ja. Das sieht auch perfekt aus. Und jetzt die Frage. Also ich würde den tatsächlich jetzt im Inventar verkaufen, weil wir können den ja nicht, also hier einfach verkaufen. Das ist ja nicht möglich. Das können wir ja nur mit Ware machen, die wir selber hergestellt haben, oder? Von daher würde ich sagen, dass wir das vielleicht im Inventar verkaufen. Genau wie diese Lampe. Mit der können wir nichts anfangen. Leute, ich nehme das mal nicht als Cheaten. Ich würde das jetzt tatsächlich so machen, weil wir haben nicht die andere Möglichkeit. Oh mein Gott, es funktioniert tatsächlich. Es war wirklich ein bisschen buggy. Aber es wird alles tatsächlich richtig bewirtschaftet. Es hat alles funktioniert. Oh Gott, sei Dank. Leute, tatsächlich. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie boring ihr die Folgen findet, aber wir müssen ja ein bisschen Progress machen. Wir haben richtig, richtig viel Umsatz generiert. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir definitiv das Haus ein bisschen ausbauen. Ein paar mehr Möbel kaufen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht auch in den Baumodus gehen, weil immer auf den Sonntag zu warten auf den Flohmarkt, ich glaube, das funktioniert nicht. Das dauert zu lange. Aber lasst tatsächlich mal schauen, dass wir gemeinsam mit den Girls dann auch im Baumodus ein paar Möbel holen, das Haus ein bisschen mehr ausstatten, die Schlafzimmer oben einrichten und ein bisschen auch von dem leben, was wir hier vielleicht auch beim nächsten Mal von den Feldern holen. Immer noch mega, mega spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne ein Like da und ein Kommentar da. Ein Abo auf jeden Fall, wenn euch das Spaß macht. Habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.